Der sieht richtig schön aus. Ja, hier auch bei uns. Ja, warte, ich komme. Ich komme hier nur um die Ecke und sehe das schon. Chris Redfield. Jill Velton. Harry Perth. Rebecca Chambers. All the Wesker. Resident Evil. Okay. Okay, let's go. Okay. Ich höre nur einen Schuss und dann sehe ich sie fallen. Da steht noch einer und guckt ganz irritiert. Oh, oh, oh. Wie lieb. Oh, 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 oh. Das war's mit dem Arm. Genau, Virginia. Gib ihm den Rest. Wie kacke das aussieht! Oh,ες. Oh nein, jetzt haben sie auch noch fahrbare Untersetze. Shotgun Drive-By. Der ist aus voller Fahrt. Juhu! Alter! Ach, schonmal. Da ist er. Komm her. Calvin, jetzt hör doch mal auf, hier in Büsche rein zu rennen. Ja, okay. Ich will auch nicht stören. Okay, Virginia. Ich will auch nicht stören. Virginia ist eine gute. Ja. Da würde ich über alle sagen, Calvin. Enten kommt Calvin. Er hat Sache. Wo kommt der noch einmal her? Oh Leute, ich hab den Schuss gehört. Okay. Calvin, die Abgrenzung ist hier auch zum Beachten da, junger Mann. Steh mir doch nicht. Jetzt kriegt er den scheiß Bauch. Jetzt schmeiß dich da runter, komm. Ey. Sag mal. Was macht der da? Calvin doesn't give a fuck. Ja. Calvin doing, Calvin thinks. Ist der gestolpert? Wo ist denn das Loch hier in der Wand? Ich geh mal an. Wollte uns einfach nur beweisen, dass er früher war. Bei dem Rollkommando war. Wie sie sich das immer anhört, wenn man Tabletten frisst? Das ist immer so ein Knurr- Knurpsendes. Wo sind die Frauen aus Budapest. Ein aus Budapest. Oh das ist ein Elch. Ah ah. Richard Hau apostles Weg ist der Kopf, voy�. scheiße müssen hier schwimmen wo geht das hier hin ach du kacke da sieht man nur sieht wie die vier alle mutieren aus der vip schlüsselkarte auch von virginia die karte das klappt ja au alter einer scheint zu leben hier um die ecke sind auch welche das ist das beste lied jetzt hallo ich eile ich eile sehr guter schuss ok das war ziemlich cool auf jeden fall richtig gut dass dann der bosskampf startet und dann läuft wie er dieses blöde liegt die alle weiter alter ddd au au Ja. Hahaha. Ja, Mann! Voll gegen die... Das sah geil aus. Oh! Legst du dein Ding denn da mitten in den Weg? Diese Line, die ich hier gezogen hab, die müssen wir vielleicht nochmal neu... Obwohl ich jetzt gerade stehe. Hä? Diese Line, die ich hier gezogen hab. Das war vielleicht ein bisschen ungehört. Hast du gut erkannt. Ist der Weg, Calvin? Nee, seid ihr beide zusammen geploppt, ja. Jetzt ist doch gerade Ollis Schnurri und seine Brille direkt vor meinem armen Gesicht. Oh, wie zärtlich unsere Hände sich ineinander bewegen. Du siehst doch mal super enthusiastisch aus, Chris. Was? Soll ich öffnen? Sag, wenn ich öffnen soll. Ja, klar. Mach auf, mach auf. Ja, natürlich ist es dunkel. Moment, meint. Ja, ich hör's auch. Oh, läuft hier was. Oh, oh. Oh, da ist noch ein Finger. Tot. Ja. Ah, shit, ich hab schon geworfen. Jetzt ist er definitiv tot. Da kommt noch Fingerhaut. Ja, Fingerhaut ist da noch. Sehr schön. Oh, hier ist eine riesen Schleimspur, aufpassen. Ja, irgendwie hier oben auf dem Boden. Das geht da vorne in den Pool rein. Äh, das sieht nicht so vertrauenserweckend aus. Oh, da draußen krabbelt Zeug rum. Hinter den Glasscheiben an den Höhlenbänden, ja. Oh, ich brauch mal hier die Keycard, ne? Ist hier draußen nicht noch irgendwas? Hier draußen ist auch noch ne Tür, ne? Oh, okay. Ach, echt? Ja, hier. Also auch mit ner Keycard, okay. Oh, zwei Keycard-Türen? Ja, dann gehen wir erstmal... Welche machen wir denn? Okay, dann die da. So, jetzt sind wir grad hier, ne? Oh, hi! Ah! Boah, Alter, hab ich mich erschrocken, ey! God, fuck! Oh, fuck! Oh, meine Pumpe, ey! Meinst du, das klappt? Ja, meins hat klappt. Oh! Aua! Ich glaube, er ist tot. Kommt, Virginia kommt auch schon. Die rennt weg. Ah! Ei! Oh, das war aber schnell. Bisschen Hunger. Da muss dein Bein herhalten. Ach, Gott, ey. Nom, 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 nom. Aufpassen, hier ist ne Gletscherspalt. Wah! Das ist ein Dicker! Boah! Voll weggeprälzt. Hö, zack, weg! Ey, er ist ab... Ja, okay, so geht's auch. Ist jemand umgeschaltet? Ja. He, 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 he. Sieht auch so ein bisschen Lovecraftian aus. Ja, dezent. Das sieht nicht natürlich aus. Nee. Okay. Ach, ich fresse, ist das alles verstörend. Der steht noch neben dir, ne? Äh, das hörte sich nicht gut an. Nein! Nein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017